das klappt ja super finde ich auch oder eigentlich ganz gut ich wir stellen uns richtig gut an eigentlich doch ja krass ey echt Geschwindigkeit was ist das denn hier okay cool lustig auf jeden fall ja ja das machen wir denn jetzt tolles noch eine mehr würde ich machen war ja welche denn ja haste recht zufall klar lauchst du wieder im kreis okay ich tue mal eine taschenlampe hinzufügen ja du darfst doch gerne mit mir sprechen so ist es nicht ne ich spreche mit dir hallo ja ich höre dich nämlich nicht mehr ja warum nicht da kommen erinnerungen hoch ja mindestens hallo was denn hier jetzt los hallo es geht es geht ja wieso warum ich höre diese machen diese sache und ich nix machen kann dafür ich höre dir scheiße ich hab den stil nebenbei offen ich nix mache kann du ne warte nicht es erklärt einiges warum sie dich nicht höre es erklärt jetzt echt einiges das stimmt wohl ja moment lustig was dies geist der regel ach so ja geil super lustig diese lobby ist schon interessant bäm 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 kann ich das uuuu und dann ja was geht leute strike oder wie geile Geschichte muss ich jetzt alles selber auf H thi Eben, danke, ja, voll krass, gell. Gekko? Mann, was soll das? Ja? Ja. Lass einfach eine Map starten. Geheiligt sei der wertvolle Jenga-Ton. Ja, Jenga. Oh, heiliger Jenga-Ton, ich erbitte dich. Berühre den Ball der Ballhaftigkeit. Ja, der heilige Basketball. Oh, führe uns zum Wege des Geistes. Oh nein, was ist hier wieder los? Das heilige Kissen der Bläulichkeits. Oh Mann. Gut. Was? Ich weiß nicht, welchen Ton, keine Ahnung. Lass einfach gehen. Ja. Einfach, hier, hier we go. Hier, this kind of shit. Mhm. Was ist das eigentlich? Hallo, hallo? Du musst einfach ein Ründchen drehen. Also, hier. Was soll denn der Mist? Mach einfach Radieschen, vielleicht hören wir uns dann wieder. Spricht einfach nicht mal mit mir. Ja. Oh, leise, Chantal. Hallo? Du sprichst nie mehr mit mir. Hey, ich hab mich gesehen. Hä? Starten. Ah, scheiße. Tomaten? Ich hab doch keine Ahnung, Gekkolein. This kind of shit. Ja, okay. Das Zeichen kann ich nur sehen. Red. Starten. Schau mal, vielleicht geht's dir dann einfach wie ich schule. Okay. Again, in the school. Rein da. Vielleicht schauen wir uns dann wieder. Nicht? Zwei Minuten, wir haben Zeit. Für, äh, Sachen zu machen. Schauen wir mal, ob wir uns wieder hören können. Es ist wieder so durch hier. Alles echt Wahnsinn. Popcorn. Geil. Hallo. Hören wir uns wieder? Äh, wer ist sie? Sie vorhin, wer ist sie ja wieder? Hallo. 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 Hey. 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 Hörst du mich? Hörst du mich? Hallo. Ja. Hallo. Ja, ich hör dich auch. Hallo. Ich spreche nicht mit mir. Ich spreche doch mit dir. Hallo. Warte mal kurz. Warte. Warte mal hier drin. Warte doch kurz. Jetzt warte halt mal kurz. Warte kurz. Warte doch kurz. Jetzt warte halt mal kurz. Siehst du das noch? Hallo? Es geht noch. Hallo. Oh, heiliges Liara-Gesicht. Was? Oh, schön. Oh, herrlich. Das war jetzt sehr amusend. Ich habe gelacht. Warum haben wir jetzt drei Taschen schlemmt? Was soll das? Ich hätte halt, also ich stehe halt auf Dreier auch. Ach so. Ja. Er muss lachen. Weiß ich nicht. So, Gekulins. Warum Menschen wieder die Schule? Was? Menschenschule? Ja, ich habe Zufall gemacht. Ja, so. Ja, so. Ja, ne, finde ich auch. Ich war auch sehr begeistert. Verstehst du? Geister. Junge, wie sie düst. Voll lustig. Was ist das? Geht's da rein? Okay, letzte Fetz. Ja, das darf er, wenn er lustig ist. Hey, das ist nochmal ein Pentagrammos Maximal. Jetzt kommt der schwierigste Teil. In der Tat, Wolf. Das, wie sollen wir dies tun? Hey, Geist. Gib mir das Häuschen. Bist du bereit? Eins, zwei, drei Steinzeit. Ananas. Magst du Pizza Hawaii? Hallo. Just what the fucking hell. Oh mein Gott. Hey, 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 die Thai. Bestes Zeichen ever. Space Taxi to the sky. Oh ja. Feuer Salamander. Mach Beine auf Salamander. Mach Beine wieder zu. Und raus bist du. Hey, 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 die Thai. Space Taxi to the sky. Hey, 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 die Thai. Space Taxi to the sky. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Gib mir ein Zeichen. Wo steckst du, du kleines Stück. So scheiße ey. Dankeschön fürs Face Taxi. Weißt du Bescheid, deswegen ist er so teuer und vier Stunden Cooldown ist sehr lang. Es ist das gesamte Lied. Weißt du Bescheid. Aber es ist eigentlich ganz witzig zwischendurch. Ist witzig. Was kann man machen? Oh man. Äh, herrlich. War teuer. Ist teuer. Es ist okay. Ist verständlich, dass es dann so abgeht. Das war das Zeichen für das Zeichen. Ist so, Blubberchen. Das war das Zeichen. Das habe ich gleich erkannt. Gib mir ein Stück Pizza. Bist du da? Okay. Jetzt wusste aber, wie viele Gekulines hast denn du noch? Oh, zapper. Das ist hier aber jetzt aber hier krass, oder? Ich glaube, ich muss aufpassen, wegen bald hier Wunsch-Tickets und so, dass es noch geht und so, gell? Hab schon noch. Hab schon noch. Sehr gut. Sehr gut. Aber was ist mit Sammeln? Sammeln irgendwie. Donations war es auch drin. Bits habe ich glaube nicht. Bei Donations geht man glaube ich Gekulines. Weiß jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es an Einstellungen oder so. Weiß ich nicht. Oder an Gefährtemperatur. Kann natürlich auch sein. Es ist damit zu sein, nicht. Ja, aber keine Ahnung. War es ja bisher irgendwie nie. Vom Thermometer zumindest nicht. Sammeln geht nicht mehr. Doch! Er macht bei mir auf jeden Fall ab und an der Tür auf O dazu und wirft auch. Also irgendwo bei mir auf der Seite wird er sein. Ah ja, genau. Nur bei Donations. Allgemein. Ich hab da nur 10 Euro geschrieben, damit ich was besser rechnen kann, oder? Das geht doch gar nicht pro 10 Euro. Ich hab eigentlich hier gefunden. Es geht pro Euro immer. Ich hab so dein UV-Licht dabei. Ich hab nix dabei, nee. Ich hab ein Buch dabei. Hier. Hallo, was ist hier los? Schreib ins Buch. Wer ist da hinlegen? Bup. Warte mal. Bist du da? Ganz eindeutig nicht. Also, wie war das hier reagiert? Wieder nur alleine, oder? Ja. Nee. Okay. Wo geht's raus? Oh ey, dieses Rennen. Immer dieser Cooldown. Echt so, oder? Ach. Es ist ja gleich da. Da vorne links. Da vorne links. Oh, du kleine Rennwurst. Wo ist hier? Was wolltest du mitnehmen? Was verbrauchen wir? Oh. Super geil. Geil, geil, super geil. So ist echt. Wir haben eine Gesamtaktivität von Null. Boah, allah, dieses Quiekschen. Ja, und der Strom ist aus. Wir gehen nach Haus. So ist das hier. was ist da die tür guten tag das problem ist das finger ist auch wieder verschwinden die sind nicht ewig da ja ja dann muss das quasi noch mal berühren wohl also ob es habe ich nicht gesehen bist du hier bist du da tu etwas ich gebe dir mal die idee was auf dem boden wichtig ist nicht gut lass mal woanders schauen oder wo ist eigentlich der stromkasten kack weil er sonst nicht immer irgendwie bei der treppe oder so wo ist dahin zeig dich bist du hier bist du hier bist du hier aber für senf braucht man doch eine bratwurst ja und genau die suchen wir jetzt bist du hier bratwurst magst du bratwurst bist du hier bist du hier tu mal was bladi mary was was sind noch triggerwörter gewesen für geister ich weiß es nicht mehr es gab diese typischen es gab triggerwörter ach so ich glaube auch wenn man angst und so gesagt hat ich habe angst und so das hat die auch damals getriggert weiß nicht ob es so ist noch naja doch ich habe angst käse echt so käse Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. 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 Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Bloody Mary. Panisch schreite ich von Dannen. Ich umarme gerne grüne Tannen. Bist du da? Hmh, zeig dich. Käse Magst du Pizza Hawaii? Bist du hier? Bist du hier? Bist du da? Tralala Mach mal was Irgendein Zeichen Gib es mir Hart Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Ich hab Angst Tu etwas Tu etwas Wie alt bist du? Wie bist du gestorben? Der Hackfleischhassende Zahacker Teewurst Fangversuch Junge, was ist mit meinem Bot? Niemand hat an der Verlosung teilgenommen Was ist das denn jetzt? Okay Das ergibt Sinn Puppies doch einfach nochmal Ich bin wieder draußen Was ist denn da? Der Van Stand der Van Bist du hier? Und jetzt geht's nicht mehr Wolf oder was? Hast du jetzt halben Stunden Cooldown oder was? Was war das denn? Ist ja mega geil Was ist das denn? Was ist das denn? Okay Die Gesamtaktivität Ist eben auf 5 gestiegen Und wieder auf 0 Also das hat irgendwas gemacht Er hat irgendwas krasses gemacht Ja Und ich war nicht dabei Hm Dann schien es ja nicht so krass gewesen zu sein Was würde ich das jetzt bedeuten? Hä? Ich hab das nicht als Dingsy Auf dem Stream Deck Den Fun Versuch FUNTOGRAPHIE Ist auch ein Schocksound Btw Bist du hier? Ich will aber das ja so Dass diese kleinen Mini-Missionen Die wir ja haben Ja immer so ein bisschen Zip auf den Geist gegeben haben Also hier steht auch Auf jeden Fall Senf Ja Also Hm Mal ein bisschen dran Geht es dann auf Hm Okay Wo ist denn das Buch? Bist du hier? Wahnsinn echt Gib mir ein Zeichen ein Hallo? Hallo? Ist Fotosynthese Auch Käse? Nein Das ist Mayonnaise Bist du hier? Willst du mit mir Einen Schneemann bauen? Hey Mal auf die Scheißtür Guten Tag Wie bist du gestorben? Bist du hier? Ja Junge Wo ist sein Aktivitätsraum? Echt Hab ich das Buch hingeschleudert eigentlich? Wo haben wir das jetzt hingelegt? Puh etwas Der ist bestimmt Daft Oder links Wahrscheinlich Boah dieses Rennen Geht mir trotzdem auf den Sack Wahnsinn Das ist ja 150% Schnelligkeit Aber es sind halt trotzdem Nur drei Sekunden Die du rennen darfst Ey Das ist so ein Schmarrn Einfach nur Bist du hier? Ich geh mal nach oben Jo ich untersuch alles weiter unten Und so Bist du da? Gebt mir ein Zeichen Wir sollten es erst mit dem Zenfometer irgendwie herausfinden Oder allgemein herausfinden wo der ist Bevor wir echt mit der Spiritbox erstmal rumlabern Weil ja Der kann ja überall schon wieder sein Aber es kann ja auch sein Dass die Spiritbox das nicht ist So ne Meine Güte Echt Wir haben nicht einen Geist herausgefunden In dieser Welt Wo bin ich Warum bin ich Tu etwas Zeig dich doch mal Zeig dich Zeig dich Zeig dich Zeig dich Zeig dich Zeig dich Zeige er sich Haben wir hier's Buchen geballert? Ne auch nicht Doch Ne Was war das? Lebst du noch? Nein Also meine Nerven sind jetzt nicht mehr Wir müssten uns vor allem hören Gleich 8 Uhr Achso ja Ich habe ihn gerade rumrennen hören Und dann so ein Quietschgeräusch Ja Er unten oder oben? Es war womöglich oben Womöglich Ich habe einen Stromkasten gefunden und Strom angemacht Na geil Jetzt ist auch das Klassensimmer beleuchtet Wo das Notizblock noch drin flackt Gib mir ein Zeichen Bist du hier? Zeig dich Zeig dich Vielleicht reagiert er auf dich Zeige Dich zeige Dich zeige Er war hier jetzt irgendwo vorhin gerade Zeig dich Zeig dich Zeig dich Anu Das Licht ist hier ausgegangen Hier ist Hier schlägt was aus Es ist über mir? Oder es ist hier? Zeig dich Mach etwas Wo ist das Buch hin? Jetzt ist da einfach unten in der Turnhalle Ich würde so lachen Das wäre super lustig Zeig dich Ich hatte kurz ein EMF von so 3 2,5 Irgendwie so 2 Da wo es Also unten Wo unser Notizblock auch flackt Das ist Licht auch wieder ausgegangen Und Weil ich hier auch In dem In dem Ach ja gehört hab Ah Strom ist wieder aus Und hier gleich auch die Treppen Sind es ja glaube ich Womöglich Vielleicht auch wirklich Über mir In dem Moment Ok Hab ne Tür gehört Ich war's nicht Diese Tür ist halb auf Also er scheint Ich glaube er ist oben Bist du hier? Tu etwas Zeig dich